So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben wieder ein Setbooster, weil ich mag Setbooster und wir haben Strixhaven. Strixhaven hier ja mit den Archive-Karten. Sehr, sehr, sehr cool. Ich mag die Archive-Karten, da können ja richtig coole Sachen drin sind. Und mit Minigames. Wenn ihr euch für die Minigames interessiert, die damals rausgekommen sind, ich habe damals Videos dazu gemacht. Und immer wieder so ein paar. Könnt ihr mal in der Liste gucken? Ich habe irgendwo eine Playlist-Mini-Game-Liste. Da könnt ihr mal gucken, wie die Playlists waren. Oh mein Gott, bist du hübsch. Wow, okay, du bist echt hübsch. Insel. Und wir haben eine Miraculous Transformation. Zwei Mana ist eine Lesson, die im Sideboard ist. Und bis zum Ende des Zuges bringen... Was? Ah ja, genau. Ist ein Non-Land-Permanent, verliert alle Fähigkeiten und wird entweder zu einem Frosch, der 1-1 ist, oder einem blauen Oktopus mit 4-4. Okay, was bist du? Also die Artworks sind so strange. Drei Mana, drei, zwei. Wie in dem Spiel willkommen kriegen wir zwei Leben. Spring Mane Surveyn. Leech, Fanatic. Oh ja, Silverquill. Silverquill sind die Besten. Zwei Mana, zwei, zwei. Und solange es euer Zug ist, hat er Lifelink. Okay, Human Warlock. Damals gab es Warlocks schon. Vampire Druid. Drei Mana, zwei, zwei. Menace. Kann nur von zwei mehr Kretungen geblockt werden. Und immer wenn ihr Leben kriegt, kriegt ihr eine Pläne zu 1 Mark. Okay. Specter of the Fence. Vier Mana, zwei, drei. Fliegend. Sechs Mana. Der Gegner verliert zwei Leben. Ihr kriegt zwei Leben. Okay. Als Specter. Ich dachte, der Typ wäre das. Aber es war anscheinend... Ich bin... Na, egal. Verwirrt. Molding Karok. Zombie Crocodile. Vier Mana, drei, drei. Trampel Lifelink. Ach ja. Ach ja. Die grün-schwarzen waren schon... Die waren... Also Wurderblumen waren schon seltsam. Dann haben wir eine Serpent. Fünf Mana, drei, fünf. Für vier Mana kann eine Kreatur... Nicht geblockt werden. Die sind so... Wurmhole Serpent. Okay. Das ist... Ach, Wurmloch. Ja. Macht Sinn. Oh, wir haben eine Rare. Devastating Mastery. Für vier Weise und zwei Farblose. Oh mein Gott. Und ihr könnt vier Mana zu bezahlen, statt die richtigen Mana-Kosten zu bezahlen. Wenn ihr vier Mana bezahlt, darf der Gegner zwei Nicht-Land-Permanente aussuchen und den Rest zurück auf die Hand nehmen. Und danach zerstören alle Non-Land-Permanents. What the fuck? Ach nee, die zwei Karten werden. Okay, wenn wir vier Mana bezahlen, kann er zwei Karten wegnehmen. Wenn wir sechs Mana bezahlen, kann er nichts wegnehmen. Das ist zwar Non-Land-Permanents. Stimmt. Das ist auf jeden Fall cooler. Oh mein Gott. Tanazir, Quondrix. Den habe ich so aufgezogen damals. Fünf Mana, vier, vier, fliegende Trampel. Wenn er ins Spielfeld kommt, verdoppeln wir die. Plus eins, plus eins machen auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und immer wenn er angreift, können wir die Base, Power und Toughness von einer Kreatur gleich der Power und Toughness von ihm machen. Wie gesagt, habe ich aufgezogen. Und wir haben Growth Spiral. Okay, nicht schlecht. Ein grünes, ein blaues. Wir ziehen eine Karte und legen dann Land von unserer Hand ins Spiel. Und Snow Day. Sechs Mana Instant. Wir tappen zwei Kreaturen. Die Kreaturen tappen nicht und ziehen danach zwei Karten und wirfen eine Karte ab. Ja, Minigame. Das war doch ganz cool. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ein neuer Blick seht. Ciao, ciao.